Hey Leute! Johnny! Bist du okay? Hab mich nie besser gefühlt. Danke für deine Hilfe. Wisst ihr, also, ein paar Mädels, die mich beobachtet haben, haben mir alles erzählt. Über Kapono und das Hotel. Der hat mich voll verarscht und ich hab's nicht gecheckt. Du hast Schulden gemacht, oder? Wirst du die wieder los? Gutes Stichwort. Die Mädels haben Kapono gründlich den Kopf gewaschen, wisst ihr? Wir sagen der ganzen Welt, welchen Dreck sie am Stecken haben. Es sei denn, sie lassen den Helden unserer Stadt endlich in Ruhe. Und da hat es mir erlassen. Alles! Ist ja ein Ding. Meine neuen Ruhm werde ich natürlich nutzen. Zum Beispiel, indem ich mein Strandhotel in einen piekfeinen Sieben-Sterne-Schuppen verwandle. Viel Glück dabei. Noch sind die Sterne allerdings ganz schön in der Ferne. Nicht wahr? Sehr witzig, aber ihr werdet schon sehen. Wird schon. Hey, hey, nicht übertreiben. Kommt schon. Hast schließlich noch Großes vor. Hahaha. Das war's.